Hallo und herzlich willkommen! Vielen Dank, dass ihr einsteigt. Mein Name ist Ismael. Heute wollen wir euch ein Legos Burger Recept presentieren. Das Recept findet ihr in den Informationen und am Ende des Videos. Wir vergnügen beim Zuschauen. Für das Burgerfasch benötigen wir Für den Burgerfasch benötigen wir Diverse Soßen, nehmt bitte was euch schmeckt. Wir brauchen Bacon, Gouda Käse mit Eid, Zwiebel, Tomaten, Gurken, Fischensalat und Aufbackbrochen. Für Burger Covering we need Various Sources, take what tastes you. Bacon, Gouda Cheese, Metal Oat, Onion, Tomato, Cucumber, Fresh Salad and Buns. Lass uns gut legen. Wir geben das nach Fasch in einer Schale. Fugen, Panimia, Timian, Majoran, Eid hinzu. Und wösen es mit Saat und Wöffel ab. Let us start. We add the minced pork in a bowl. We fit breadcrumbs, thyme, Majoran egg inside and session it with salt and pepper. Also you can fit one tablespoon mustard inside too, if you like. Wir schälen die Zwiebel und den Knoblauch. We peel the onion in garlic. Als nächstes schneiden wir die Zwiebel in feine Wurfe und hacken den Knoblauch. Als nächstes we cut the onion in fine pieces and chop the garlic finely. We chop the parsley and put it into the bowl. Wir vermissen unsere Zutaten so lange, bis sich alles gut vermengt hat. We mix our ingredients until everything has mixed well. Wir nehmen ein wenig von der Faschmaster und braten diese an. Um sicher zu gehen, dass das Fasch erreichen gewusst ist. We take a little of the meat mass and fries to make sure that the meat is seasoned in us. Faschmasol Wir wussten es mit Salz und Papier nach. In our meat, we need more salt and pepper. Jetzt haben wir 400g Falschmassa. Wir ficken es und teilen sie in ca. 100g Stücke. Now we have 400g meat mass. We weight and divide into approximately 100g pieces. Nach dem Winken legen wir die Masse zu bärchen. After weighing, we turn the meat mass to balls. Nun formen wir das Falschpass direkt an das Broschen. Wir machen es ein wenig größer, der das Falschbaden baten keiner wird. Now we form this meat pass justice to the rolls. We make it a little bigger, because the meat gets smaller during the roasting. Wir geben Öl in eine Profanne und lassen es heiß werden. We add oil in the pan and let's get it hot. If the oil is hot, we also give the meat in the pan and let it fry until it is golden brown. We turn the meatballs and place a slice of cheese on it. We turn the meatballs and place a slice of cheese on it. We add oil in the pan. We add oil in the pan. We add oil in the pan. Add oil in the pan. We 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 add oil in the pan. And put a different pan into it. Ist der Bacon genug fliegt, legen wir ihn auf ein Kuchenpapiertuch. If our bacon is crispy, we put him on a kitchen pepper tower. Lasst uns den Burger bauen. Nehmt die Soßen, die euch schmecken, dazu frischen Salat, Tomaten und anderen schönen Sachen. Ich benutze eine selbstgemachte Burgersauce, diese findet ihr in einem anderen Video von mir. Let's build our burger. Use the sauces that you like. Use fresh salad, tomatoes and other nice things. I use a fresh self-made burger sauce. The recipe for the sauce you will find in my other video. Niem, 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 niem. Mmm, I want to bite. It looks so tasty. Our sexy sandwich is finished and ready to be eaten. It not looks just sexy, it tastes awesome. Try out this recipe by self and look how it tastes. Thank you very much for watching this video. You all hate your soul, Baba. Thank you. You all hate it, Baba. Musik 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 Musik